So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder eine kleine Infofolge für euch vorbereitet. Das Freundschafts-Event bzw. der Freundschaftstag kommt ja bald. Nach dem Freundschaftstag wurde das Umweltwoche-Event angekündigt, aber das Umweltwoche-Event ist vor dem Freundschaftstag. Deswegen habe ich noch kein Video zum Freundschaftstag gemacht, mache jetzt aber das Video zum Umweltwoche-Event, damit ihr wisst warum und hier und ja. Wir haben jetzt hier wieder mal einen Artikel von pokefans.net, gleichzeitig haben wir einen Artikel von GOGAMES. Jetzt weiß ich nicht, das sieht hier irgendwie wieder so knallbunt und heftig aus. Das sieht hier schön gemütlich aus. Ich glaube, wir müssen uns wieder beide angucken, weil da steht einfach Umweltwoche-Event angekündigt und hier einfach nur Nachhaltigkeitswoche in Pokémon GO. Zack. Nachhaltigkeitswoche, Umweltwoche. Was schreibt man denn jetzt in den Titel? Senf zum Umweltwoche-Event. Senf zum Nachhaltigkeitswochen-Event. Ach, ich weiß es nicht. Senf zu Shiny Unratütox. Fertig. Wir gucken jetzt mal hier auf den kleinen Artikel. Der hat ein schönes Bild. Das wird wahrscheinlich dann wieder das Dumpnail sein. Die Nachhaltigkeitskampagne. So, ab dem 20. April ein neues Event in Pokémon GO. Bei dem mit Bittora unter anderem auch ein Pokémon erstmals auftauchen wird. Steht ihr? Das ist nämlich unter Wasser. Das taucht auf. Also das heißt einfach nur, es erscheint dann. Das ist jetzt Zufall, dass das im Wasser liegt. Es ist jetzt der 14.04. Das ist dann der 20. April. Wie immer trage ich das natürlich alles schön in mein Handy rein und sehe, dass der 20. April der nächste Dienstag ist. In letzter Zeit war es ja immer so, dass gerade am Dienstag immer neue Events angefangen haben. Nächste Woche, Dienstag am 20. ist auch übrigens die Spotlightstunde mit Slimer. Was es als Shiny gibt und doppelt einen Sternenstaub fürs Fangen. Und da geht dann auch die Umweltwoche-Event-Nachhaltigkeitswoche los. Mit neuem Pokémon, was auch eine Entwicklung hat. Also Dienstag... Wieso habe ich eigentlich in Zendie geguckt? Das steht im nächsten Satz hier dabei. Dienstag, 20. fördert 10 Uhr Ortszeit bis Sonntag, den 25. April. Also es sind nur fünf Tage, sozusagen. Sechs Tage. Wie Tora und damit auch seine Entwicklung Tanatora aus der sechsten Generation erscheinen erstmals im Pokémon Go. Ihr könnt hier über diese Links natürlich immer mal so gucken. Dann sehen wir, das kommt auf 1069 und die Entwicklung kommt auf 3025 und sieht irgendwie sehr interessant aus für mich, würde ich sagen. Typ, Gestein und Wasser. Okay. Typ, Gestein und Wasser, beides. Hat auf jeden Fall was. Sieht aus wie hier so ein Cupcake mit zwei Wiener Würstchen drin. Und hier oben sind noch so Zwiebelstückchen. Man sollte Pokémon nicht immer mit Essen vergleichen. Ist auf jeden Fall aus der sechsten Generation. In der Wildnis erscheinen dann Pokémon wie Slimer. Passt auch zur Spotlightstunde. Rotomurf, schöner Bodenangreifer. Kastatur, wem da das Shiny noch fehlt. Unra Tütox. Das Hass-Pokémon für viele. Ich find's genial. Letzteres wird auch zum ersten Mal in der Shiny-Version zu finden sein. Shiny Unra Tütox. Und natürlich auch die Entwicklung davon. Also zwei neue Shinies schon wieder in der Rivalenwoche. Jetzt gab es kein neues Shiny. In der Nachhaltigkeits-Umwelt-Wochen-Event-Woche gibt es da... Das ist ein guter Titel. Also zwei neue Shinies und zwei neue Pokémon. Diktar, Tangela, Goldini, Knospi, Kikugi, Finion und Rotomurf können aus 5 Kilometer Eiern schlüpfen. Die Eier für mich wieder komplett uninteressant. Interessant war nur... Habe ich noch Döner zwischen den 10? Interessant war für mich wirklich nur 2 Kilometer Eier mit Shiny-Vonera und Blumenkranz. Zum Glück ist sowas jetzt hier nicht dabei. Also Eier... Braucht ihr noch was aus den Eiern? Was wäre vielleicht Knospi? Vielleicht ein Shiny-Knospi, wer noch keins hat. Kikugi ist an sich auch ein selteneres Pokémon. Könnt ihr aber auch aus dem Moos-Modul gut bekommen. Und Finion. Auch ein selteneres Pokémon. Aber... Ja, macht man halt auch jetzt nicht unbedingt wirklich was. Wird sicherlich auch mal in einem Event erhöht sein, dann auch als Shiny eingeführt. Es rennt also nichts weg. In Raids werden unter anderem Giflor, Alola Kokowai, Unratütox und Bittora anzutreffen sein. Und ich kann jetzt schon mal ankündigen, da ich ja eh für die Champion-Medaille nicht legendäre Raids machen muss. Und da ich für diese komische Trainer-Hoffnungs-Medaille Raids machen muss, wo man eben komische Raids macht, habe ich mir vorgenommen, immer wenn jetzt so eine Woche beginnt und die Raid-Bosse wechseln, ganz random auch mal ein paar normale Raids zu machen. Ich wollte das erst in einem Stream machen, wusste ich nicht, wie ich das dann am besten umsetze, wenn nämlich gerade keiner da ist, ist halt schlecht. Beziehungsweise könnte ich ja mich einladen, immer nach einem bestimmten, aber boah, weiß ich auch nicht, wann man das macht. In der jetzigen Woche zum Beispiel war es natürlich interessant, dass man diesen Shrimp und diese Alge, dass man da einen Raid macht, was mir eigentlich widerstrebt. Denn wenn die wild dort sitzen, machst du keinen Raid davon. Oh, Raid, warte mal, es sitzt schon neben der Arena. Machst du keinen Raid davon, aber für Champion-Medaille, für Trainer-Hoffnung, musst du das ja mal. Na gut, was ist hier dabei? Giflor, hab noch nie Giflor-Raid gemacht, werde ich also mal einen Giflor-Raid machen. Ich werde einen Unratytox-Raid machen und Bitora-Raid, kann man ja auch mal machen, ist ein neues Pokémon. Kriegt ja gleich Bonbons, gute IV, alles hinterhergeworfen. Alola, Kokowai, würde ich glaube ich weglassen, aber ich weiß nicht, wie weit die Medaille zurückzählt. Vielleicht machen wir das auch mit. Dann Feldforschungsbelohnungen, Waumball, Igamaro, Bitora, also Bitora wirklich wild. Aus Eiern steht es nicht da, aber aus Raids und eben Feldforschungsbelohnungen können also auch auf Bonbon, Jagd und gute IV gehen. Während des Events wird eine befristete Forschung zur Verfügung stehen. Da freuen wir uns ja jedes Mal drauf. Im Shop kann man zur Umweltwoche ein kostenloses T-Shirt für den In-Game-Charakter abgeholt werden. Kann man zur... Äh, das ist auch schön, ne? Gibt's von den Raids irgendwas, was euch interessiert? Viele werden bestimmt Unratytox-Rades machen, aber für die Shiny-Jagd. Aber Giflor, Alola, Kokowai, Bitora, ansonsten glaube ich eher nicht so. Waumball, Igamaro, Feldforschung glaube ich eher nicht so. Aya, wie gesagt, ist glaube ich auch nicht so interessant. Ich denke mal, das neue Pokémon wird im Fokus stehen mit seiner Entwicklung und das Shiny Unratytox. Forschung wird sehr schön sein, kostenloses T-Shirt wird schön sein. Hier habt ihr noch eine andere, was da hier... Die Spieler werden während der Umweltwoche verschiedene Belohnungen freischalten können, die dann am 25.04. zwischen 10 und 20 Uhr Ortszeit erhältlich wären. Dazu müssen Spieler weltweit in den sozialen Netzwerken zeigen, wie sie sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzen. Wie das funktioniert, kann man auf einer Jentic-Info-Seite hierzu nachlesen. Die Belohnungen sehen wie folgt aus. Stufe 1, für Raid-Kämpfe der Stufe 5 finden häufiger statt. Aja, Stufe 2, zusätzlich eine kostenlose Box mit drei Fan-Raid-Pässen. Aja, Stufe 3, zusätzliche doppelte EP für das Fangen von Pokémon. Aja, okay, dann könnt ihr also am Sonntag zwischen 10 und 20 Uhr ganz viele Raids machen. Und beim Fangen habt ihr doppelte EP und kriegt drei Raid-Pässen, wenn ihr 10.000 Beiträge schafft bei diesem komischen Zeugs. Ihr habt jetzt nochmal das Pokémon hier, Bitora, die Entwicklung, Tanatora, ihr habt Unratütox, Shiny. Finde ich, sie... Gefällt mir eigentlich nicht so, die Pony-Talks. Hannes meinte, oh, das hat eine schöne Farbe hier mit diesem Bläulischen drauf. Mir ist das alles zu bunt und zu kitschig und zu irgendwas. Ich finde der Müllhaufen so an sich sah cool aus. Hier, weiß ich nicht. Das ist mir zu speziell von den Farben. Also finde ich, ist ein richtig hässliches Shiny. Was hat die Seite noch zu berichten davon? Nachhaltigkeitswoche. Zeitraum steht da dabei. Die Details, okay. Bitora, dann hier Wild, Shiny, Eier, Raids, Feldforschung, T-Shirt, begrenzte Forschung. Nochmal ein Bild von dem Pokémon natürlich. Bitora, Pokémon aus der sechsten Generation, vom Typ Gestein und Wasser. Es ist vermutlich einem Rankenfußkrebs nachempfunden. Hier nochmal Shiny Unratütox. Sieh das süß aus. Bäh. Hey, ich hab in den Farbkasten gepisst. Bäh. Also, ich weiß es nicht. Shiny Unratütox ist dunkelblau gefärbt und erinnert so an einen dunkleren Müllbeutel. Die Ponytox hingegen erhält eine türkisfarbene Färbung. Dann stehen hier die Belohnungen nochmal dabei. Dann steht hier nochmal was dabei, wie das genau funktioniert mit dem Freischalten. Also, Belohnungen freischalten. In den letzten Jahren musste man vorher eingetragenen, organisierten Veranstaltungen teilnehmen, Müll einsammeln, ähnliches. Dieses Jahr läuft das anders ab. Spieler können in zwei einfachen Schritten an der Nachhaltigkeitskampagne von Niantic teilhaben. Somit gleichzeitig einen Beitrag für die Umwelt vor Ort leisten und für die Belohnungen. Als erstes könnt ihr euch zwischen drei unterschiedlichen Aktionen entscheiden, wie ihr einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten wollt. Verschönert eure Nachbarschaft. Gestaltet euren Alltag nachhaltiger. Setzt euch für einen guten Zweck ein. Nachbarschaft. Müll in der Umgebung aufsammeln. Bäume oder Sträucher pflanzen. Insektenhotel bauen. Also, so ein Insektenhotel. Wenn ich sehe, wie viele Insektenhotels in letzter Zeit hier entstanden sind und da rumstehen und alles plötzlich Pokestops sind. Da würde ich sagen, ey, das bringt euch nicht nur Boni im Spiel, sondern gleichzeitig noch neue Pokestops. Bäume, Sträucher pflanzen. Genau. Einfach mal mitten auf die Hauptstraße so eine deutsche Eiche gesetzt. Müll in der Umgebung aufsammeln. Dann fahrt mal nach Schleusingen zum Meckes. Da vorne bei den Parkplätzen sieht es aus wie Sau jedes Mal. Weil sich die Drecksjugendlichen immer mit den Autos hinstellen, nebeneinander fressen und werfen alles aus dem Fenster, verpissen sich dann. Und ich denke mir jedes Mal, kann da nicht einfach mal die Bombe einschlagen. Ich meine, die können doch einfach heim und essen oder sie können essen und das dann in den Mülleimer tun, der daneben ist. Aber sowas finde ich halt immer richtig. Katze! Ja. Alltag, nachhaltig fortbewegen. Nordic Walking wahrscheinlich. Dinge reparieren, statt neu zu kaufen. Genau, guck dir ich mein Ladekabel an. Jetzt habe ich es nicht mehr hier. Das ist 20 Mal getapet, weil es schon komplett zerrissen war. Wiederverwendbare Produkte nutzen. Doppelseitiges Klopapier. Und ansonsten guter Zweck, gemeinnützige Aktionen unterstützen, ehrenamtliche Arbeit, Maßnahmen gegen lokale Umweltprobleme ergreifen. Ja, und wie wollen die jetzt, wie wollen die jetzt wissen, dass ich was repariert habe? Schicke ich ein Foto ein von meinem Ladekabel, wie ich es getapet habe, ja. Frei nach dem amerikanischen Motto, tu Gutes und sprich darüber, müsst ihr, damit eure Taten auch für die Belohnungen im Spiel gezählt werden, darüber berichten. Macht ein Foto eurer Action und teilt es auf Twitter, Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Substainable with Niantic und verlinkt den Account at Niantic Labs. Zum Glück habe ich, achso, Facebook geht auch und Instagram. Ich wollte sagen, habe gar keinen Twitter. Also habe ich, aber nutze ich nicht. Solltet ihr euch für eine gemeinnützige Aktion entschieden haben, teilt außerdem den Namen der Organisation mit, die die Aktion veranstaltet. Niantic spendet 5000 US-Dollar an die drei gemeinnützigsten Organisationen, die am häufigsten erwähnt werden. Toll, die kriegen schon die ganze Zeit dann Geld von uns und der, der das meiste Geld gekriegt hat, der kriegt einfach von Niantic auch nochmal Geld. Sollten sie lieber die, die am wenigsten bekommen haben, unterstützen und sagen, okay, die haben alle ganz viel bekommen, die haben nicht so viel. Geben wir denen was dazu, dass sich das so ein bisschen ausgleicht. Klingt wahrscheinlich wieder total dumm, ich weiß nicht. Jeder wird es wahrscheinlich so machen, wie es da steht. Das neue Event ist jetzt letztlich das Prinzip des Earth Day Events. Hierzu kann wirklich jeder Spieler einen individuellen Beitrag leisten, egal wo er sich befindet und kein Spieler muss dafür irgendwo hinreisen, um Müll aufzusammeln. Alleine, wenn man zu Fuß, zum Einkaufen, zur Arbeit oder in die Schule geht, statt mit dem Auto zu fahren, zählt als Beitrag für dieses Event. Fahrt ihr auch immer mit dem Auto in die Schule, ihr kleinen Zehnjährigen? Ja, okay. Bei einem Spiel wie Pokémon Go, was so oder so zur sportlichen Aktivität animieren soll, ist dies eine gute zusätzliche Motivation. So sehr die jüngste globale Herausforderung in der Kritik steht, so gelungen ist diese PR-Aktion, die hoffentlich auch einen etwas langfristigen Nutzen hat, als nur ein kurzes Event mit einigen Boni. Ja eben, sobald das Event um ist... Nein! Guckt mal! Ich bin der Günder, ich bin neu! Sobald das Event nämlich um ist, das ist nicht meine Katze, das ist auch nicht Adi, das ist wie immer noch die Katze von der Crystal, die jetzt hier gerade über die Tastatur gelaufen ist. Sobald das Event um ist, sieht es eh wieder überall aus wie Sau. So, die tut sich jetzt hier noch ein bisschen kratzen und jucken. Schreibt ihr mal rein, was ist euer Highlight in dem Event, ja? Was findet ihr am sinnvollsten, am besten? Werdet ihr euch eintragen? Werdet ihr da mitmachen für die Belohnungen? Oder findet ihr die Belohnungen sowieso uninteressant? Unabhängig von den Belohnungen kann man ja trotzdem ein bisschen auf seine Umwelt mal achten, ja? Ja, ansonsten, wie gesagt, ich freue mich auf das Shiny, auch wenn ich es hässlich finde. Ich werde gucken, dass ich von dem Pitora 200er wieder mir gönne und ansonsten mal wieder ein paar normale Raids machen, damit ich endlich mal diese komische Medaille bewusst angehen kann. Ich bin schon, ich trage schon den Gedanken, ein Nido Queen und Nido King Raid zu machen momentan. Einfach nur für die Medaille. Das muss man sich überlegen. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Ich mache euch das Bild nochmal drauf zum Abschied, weil es so schön aussieht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses und heute Abend Mega Raids für Zuschauer mit Mega Ganger, was auch Shiny sein kann. So.